moin freunde aus hamburg mein name ist dennis immer noch ich hoffe ihr seid gesund und munter und schön verschwitzt ja und dann zeige ich euch einen richtig süßen duft heute und zwar tobacco vanille ja um den geht es ich zeige euch aber die beste günstige alternative zu diesen duft ja ich habe einige comfort tobacco vanille du schon gerochen und das ist die günstig und beste variante 2 wesen alhambra ja tobacco touch ja dazu gleich mehr und ja wenn ihr das erste mal hier wart oder seit drückt die glocke abonniert meinen kanal und ja überall waren das auch tick tock instagram facebook facebook gruppe und so weiter überall fragrance dog ja ja tobacco vanille das ist ein für mich einer der besten weihnachtstüfte als ihr habt richtig tabak vanille und in so eine leichte teenote wie so in teeladen sage ich ja immer eine super bombastische haltbarkeit und ja dann haben wir diesen jungen mann hier 80 ml das sind 50 tobacco touch von mason alhambra ja das ist die untermarke von latafa gleich vorweg er musste die jetzt vom markt nehmen aber manchmal kann man sie noch finden irgendwie auf der latafa seite aber sie werden jetzt vom markt genommen aber ich denke einige werden sich paar düfte organisiert haben und ja ihr werdet ihr bestimmt im netz finden vielleicht ein bisschen mehr als 24 bis 29 euro aber das original kostet ja nice viel gleich vorweg ich bin immer ein fan des originals ich zeige das oder ich stelle die vor weil ihr es euch wünscht und deswegen muss ich das auch machen und es interessiert mich natürlich auch selber mal wie die wirklich gemacht sind weil vor allem bei diesen hier und weil der flakon ja auch schon fast ähnlich ausschaut und das hier vorne ist sogar mit dem kleinen blech plastik besser gemacht als beim original so aber zum duft sie sind sich im endeffekt identisch nur das original gewinnt bei mir punkt so den lege ich jetzt mal weg er gewinnt aber bei mir weil ihr habt zwar die dna hier das ist alles fuck und die hält auch acht stunden so sieben acht stunden ist ein bisschen kürzer natürlich als beim original aber es ist sehr sehr identisch ist es war warm aber ich sprühe den jetzt trotzdem mal ja ihr habt die t note die ist hier ein bisschen frischer nicht ganz so tief natürlich habt ihr hier die tiefe nicht so der duft des weg ist sonst ich sage mal 98 prozent oder 97 prozent identisch nur ich finde auf der haut habt ihr hier den tabak irgendwie nicht so der pluspunkt ist natürlich wenn ihr nicht so diesen tabak touch mögt oder ihr habt das original probiert topak vanille und hat gesagt ja der ist geil aber der tabak stört mich müssen so dann ist der wieder gut weil ich finde dass ich riecht da kein tabak oder wenn auch keinen echten also keinen vernünftigen tabak sondern wirklich nur fast ein prozent irgendwie background also ich meine nasien falls ihr habt sonst den touch mehr die vanille ich weiß nicht wie das beschreiben so ein bisschen tabak touch aber das ist nicht es ist nicht zu vergleichen mit dem original da habt ihr werkt ihr merkt es ja richtig diese vanille tabak touch und das habt ihr hier nicht auch wenn er tobacco touch heißt tabak touch habt ihr dort nicht passt ja tabak touch tobacco touch von mason allen aber es ist gut man darf nicht vergessen der kostet 24 bis 39 euro oder kam er der wird jetzt bestimmt wenn man ihn irgendwo findet im netz bestimmt 40 50 60 euro kosten geht aber auch noch dafür ist ja gut es gibt ganz andere von el herr amain hat glaube ich mal eingemacht der kostet aber auch schon mehr der ist übrigens auch sehr gut aber ja da ist auch was im background drin was nicht so was ja ich habe den selten getragen oder fast gar nicht und ja ich sag ja ich stehe da auf das original ich trage auch die original dürfte und ich weiß nicht ob ich die irgendwann mal verkaufen wird vielleicht werde ich die alle die mason alamba verkaufen weil wie gesagt ich habe die original dürfte ich kaufe die um euch die vorzustellen weil ich habe gern wie gesagt flakon in der hand das muss man sich ja auch logischerweise alles angucken den duft und ja alles ähnlich wirklich drin wie beim original das ist schon heftig und ja deswegen mussten wahrscheinlich auch vom markt genommen werden nachdem wir jetzt hier bei youtube alles ein bisschen ja die erwähnt hatten das ging also wo ich die vorgestellt habe ich weiß gar nicht hatte glaube ich nur auf englisch irgendeiner mal gehabt dann habe ich die auf jeden fall vorgestellt und dann ging das nach amerika und ja jetzt das war klar ich habe mir das schon fast gedacht dann wurden hat glaube ich tom fort keine ahnung ist damit ein anwalt angegangen auf jeden fall müssen die jetzt von markt genommen werden aber ihr könnt im netz suchen irgendjemand wird sie definitiv verkaufen und ja gibt aber oder übertreibt es nicht aber wie gesagt also mit den gelten übertreibt das nicht so viel dafür ausgegeben aber er ist schon sehr sehr gut aber mit kaum tabak obwohl ihr trotzdem ihr riecht das ähnlich wie beim original nur aber wenn ihr eben richtig das kennt oder den tabak vanil mir fehlt da der tabak das muss auch wirklich gesagt werden und aber für leute noch mal die tabak waren die gern hätten aber den tabak nicht mögen können sich den auf jeden fall irgendwie besorgen weil da ist wirklich nicht wirklich tabak drin nochmal hatte ich ja eingangs erwähnt ja das war's denn mehr muss eigentlich auch nicht erwähnt werden oder dazu gesagt werden es ist die günstigste deswegen habe ich ja erwähnt die günstigste alternative zur tabak war nie so punkt das war es also leute reinhauen und